Schnell zu sehen. Genau, genau. Das war jetzt wie die abrufen. Jetzt hat es wirklich gedacht, sie muss es außen rum. Na siehst du? Genau, hol sie ab. Weil die ist gerade so vertieft. Machen wir es so wie besprochen. Und deutest dann mittig auf dem Steg drauf. Jawohl, sehr gut. Schwierig wird es auch immer, wenn man dann Bier ruft. Weil es immer das Bier rückgelegt ist. Das dann über die Körpersprache ist dann vernünftiger. Du kannst ja auch direkt vor dem Steg absitzen lassen, dann wird es ein bisschen einfacher für sie. Ich wünsche, irgendjemand was machen. Einmal frei. Einmal frei. Einmal frei. Einmal frei. Einmal frei.